Heute geht es endlich los mit dem Harzgip von 60p und heute geht es an die Bepflanzung. Vor genau einem Jahr habe ich das Aquarium hier eingerichtet und so sieht es heute aus. Ich möchte euch erklären, wie am besten sehr hohe Bodengründanstiege in ein Aquarium hinbekommt. Man kann das jetzt einfach so machen, dass man einfach das Vulkanamin überall einfach reinschüttet und dann die Steine, also das Harzgip aufbaut und damit versucht es abzugrenzen und dann das Soll drauf füllt. Das kann man auch machen, das habe ich auch schon einige Male gemacht. Oder man benutzt so Filterbeutel zusätzlich, wenn man wirklich eine sehr steile Erhöhung machen möchte. Weil natürlich das Lavagranulat, wenn man das einfüllt, rutscht das auch ein bisschen nach. Man kann das nicht übertrieben steil aufbauen. Aber wenn man das Lavagranulat in so Filtersecke einfüllt, kann man das ein bisschen steiler aufbauen, kann ein bisschen mehr herumspielen mit dem Harzgip und das werde ich heute machen. Ich habe hier einmal das Vulkanaminolat, also das Lavagranulat. Und dann habe ich die Filterbeutel. Ich habe hier einen größeren, der ist 30x45, schon ziemlich groß. Aber wenn man den nicht ganz vollfüllt, kann man den zum einen noch besser bewegen und besser ausrichten. Und man kann ihn auch so zusammenfalten. Also habe ich hier einen größeren. Dann habe ich zwei von den kleineren, also die sind 20x35. Also die finde ich so optimal von der Größe. Und jetzt fülle ich einfach mal ein bisschen was in den Sack rein. Nicht komplett voll, sonst ist es einfach zu einem Prall. Vielleicht seht ihr das eine ziemlich staubige Angelegenheit. Also am besten irgendwas drunter stellen und nachher staubsaugen. Von den großen finde ich passt das mal. Ganz wichtig ist, dass die Reißverschlüsse aus Kunststoff sind. Weil wenn die aus Metall sind, könnten die rosten nach einer Zeit. Und das wäre auf jeden Fall nicht gut. Für die kleineren Beutel nehme ich mir einfach so einen Becher. Damit kann ich das besser einfüllen. Hier auch wieder nicht zu vollfüllen, sonst ist es einfach zu prall und man kann das nicht mehr gut verformen. So und jetzt haben wir einen richtig hohen Bodengrundanstieg. Man kann das wahrscheinlich auch ohne den Beutel machen. Aber wenn man das in dem Beutel füllt, dann bleibt das ein bisschen kompakter. Also wenn ich jetzt anfange das Hardscape zu bauen, rutscht nicht immer alles nach vorne. Und wenn ich das irgendwann abbaue, kann ich die Beutel mit dem Vulcano Minerval einfach rausnehmen, abwaschen und wiederverwenden. Und braucht dann irgendwie das Soil von dem Vulcano Minerval trennen. Natürlich ein Teil ist vermischt. Ich habe jetzt noch was dazu geschüttet, damit man einfach schönere Anstiege machen kann. Weil nur der Beutel alleine funktioniert auch nicht so gut zum Aufbauen. Man könnte jetzt einfach schon den Soil reinschütten. Oder man macht zuerst das Hardscape. So werde ich es jetzt machen. Das seht ihr dann in den nächsten Videos. Also jetzt fange ich an, das Hardscape zu bauen. Und dann kommt nachher der Soil dazu, wenn ich das Hardscape schon fast fertig habe. Also im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich den Bodengrundaufbau mache. Also zuerst mal den unteren Teil. Damit ich auch einfach so hoch aufschütten kann. Also habe ich mit so Filtersäcken gemacht. Das seht ihr in dem letzten Video. Und jetzt geht es endlich los mit dem Hardscape. Ich werde es jetzt so machen, dass ich mir jetzt die nächsten Tage Zeit nehme und immer wieder dran weiterbaue. Ich möchte das Layout diesmal ein bisschen aufwendiger gestalten. Und wenn ich das jetzt einfach nur in Video aufbaue, dann wird das nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Das würde ich auch jedem von euch empfehlen. Nehmt euch Zeit. Ein, zwei Tage, eine Woche, je nachdem. Und baut ein bisschen was weiter. Setzt ein paar Steine. Schaut, wie euch das gefällt. Und danach schaut ihr weiter. Lasst den Tag vergehen. Dann könnt ihr euch nochmal ein Bild drauf machen. Und danach wieder vielleicht ein, zwei Steine irgendwie anders hinstellen. Weil meistens, wenn man das auf einmal baut, dann vielleicht gleich auch befüllt mit Wasser und dann gleich startet. Dann kommt man später drauf, dass einem irgendetwas nicht gefällt. Und danach kann man das schwer ändern. Deshalb mache ich das immer so. Ich lasse mir Zeit. Dieses Mal auch im Video. Ich werde versuchen, immer wieder Sachen zu filmen. Natürlich nicht alles komplett, weil ich glaube, das wäre dann auch nicht so interessant, wenn ich immer wieder einen Stand rausnehme, wieder einen anderen rein. Und dann immer wieder hin und her. Ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen zu viel. Aber ich werde versuchen, euch da so viel wie möglich mitzunehmen. Und werde euch danach, wenn ich fertig bin, genau erklären, was ich so gemacht habe. Und wie ich das Ganze geplant und mir vorgestellt habe. Das Aquarium soll ja so ein bisschen in Brasilien-Stil sein. Ich weiß nicht, ob es genau wirklich so wird. Das ist ja immer so schwierig mit den ganzen Definitionen, was zählt jetzt wo dazu. Aber es soll in die Richtung gehen. Also ein ziemlich hoher Aufbau mit schwarzer Lava und mit ziemlich vielen bunten Stängepflanzen. Aber dazu kommen wir noch später. Zuerst werde ich jetzt mal so ein paar Gedanken machen, wie ich anfange. Weil das finde ich immer am schwierigsten, die ersten ein, zwei Steine zu platzieren. Das sind auch wirklich passen. Da fange ich immer mit den großen Steinen an. Und danach geht es weiter mit den kleineren und probiere mich da immer so ein bisschen aus. Und fertig ist das Harz-Gelb. Also so schnell geht es. Wenn ich ganz so als Weiziger eine Woche, ich glaube eineinhalb Wochen, wo ich an den Harz-Gelb immer wieder mal ein bisschen gebaut habe. Also ich habe dann gleich mal angefangen mit der groben Struktur. Habe mal die großen Steine genommen. Ich habe hier schwarze Lava. Ich habe jetzt hier echt länger Steine gesucht, die passen. Also die schwarze Lava ist häufig mehr so ründlich, so klumpenmäßig, so wie ein paar Steine, was ich hier habe. Und so flache, so wie den hier. Und zu der anderen findet man gar nicht so leicht. Also ich habe da schon ein bisschen länger gesucht. Also falls ihr da auch so etwas nachbauen wollt, müsst ihr ein bisschen schauen. Ich habe auch einige Steine ein bisschen bearbeitet, ein bisschen was weggestimmt. Also da kommt man nichts herum herum, weil die schwarze Lava halt häufig mehr so klumpenmäßig ist. Aber was auch ganz gut ausschauen kann, aber da muss man ein bisschen drauf achten. Es sind jetzt so circa 20 Kilo. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, weil ich habe noch ein paar Steine genommen, die ich noch hatte. Und habe da noch ein paar Steine gekauft, ein paar kleine, die gut passen. Also ich schätze mal so 20 Kilo schwarze Lava ist das insgesamt. Also schon relativ viel. Der Aufbau ist auch sehr massiv. Also wie ihr es sehen könnt, es ist bis nach oben, aber es ist noch genug Platz für Pflanzen. Schaut vielleicht auf den ersten Blick nichts aus, aber es kommen da jede Menge Pflanzen rein, dass man den Teil von Harzgebe auch gar nicht mehr so sieht. Aber natürlich wird man die ganzen großen Strukturen und den großen Aufbau danach auch noch sehen. Ich habe das Ganze auch schon verklebt mit Wattepads und dem Harzgebekleber von Liquid Nature. Also alles fixiert, das ist alles fest, also es lässt sich nichts mehr verwackeln oder so. Ich habe auch ein bisschen was mit dem Hobby Fix und dem Wasserkleber geklebt. Das ist ein Kautschukkleber, der braucht so circa einen Tag, bis er dann fest ist. Aber vor allem für so große Flächen finde ich es immer ganz praktisch. Ich habe so ein bisschen zusätzliche Sicherheit, das mache ich immer ganz gerne. Und auch die Steine habe ich am Bodengrund, also an der Bodenplatte verklebt, damit das Harzgebe wirklich fest sitzt und auch zum Teil an der Seitenscheibe schaut zwar dann am Anfang nicht so gut aus, vor allem jetzt noch, wo noch kein Wasser drinnen ist, aber sobald Wasser drinnen ist und Bepflanzung, dann sieht man das gar nicht mehr. Und wenn man das Aquarium irgendwann abbauen sollte, kann man das auch ganz einfach machen. Einfach mit dem Klingenreiniger die Klebestellen wegkratzen, zuerst die Steine wegbrechen, das geht danach immer noch weg, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Vor allem auf der Bodenplatte würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr euer Harzgebekleber verklebt, weil die sieht man nachher sowieso nicht, auch wenn man ein neues Harzgebeinbaut, oder der Seitenscheibe, das müsst ihr entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich habe es jetzt in dem Fall teilweise gemacht, damit der Soll auch einfach nicht nach vorne rutschen kann, weil ich habe dann auch alles abgedichtet, also ich hatte ja zuerst das Vulkan und Minerval im Aquarium, dann habe ich mal grob angefangen, das Harzgebe aufzubauen. Dann habe ich angefangen, das Harzgebe zu verkleben und dann habe ich weiter mit dem Harzgebe gebaut und danach, wo ich das ganze Harzgebe oder zumindest den Großteil von Harzgebe fertig hatte, habe ich mit Watte, also mit so Filterwatte, die ganzen Spalten abgedichtet, so damit der ganze Soll nicht nach vorne zum Sandbereich rutscht. Das habe ich echt sehr genau gemacht, damit nirgendwo eine Stelle ist, wo nachher der Soll durchrutschen kann. Am besten immer von vorne ein bisschen schauen, ob irgendwo noch ein bisschen Licht durchscheint und dort kann man da noch ein bisschen Watte hingeben, dann ist es auch abgedichtet. Dann habe ich noch den Rest von Harzgebe fertig gebaut, das habe ich dann in einem Livestream gemacht, also auf Twitch, da könnt ihr gerne vorbeischauen, kostenlos folgen und dann verpasst ihr solche Sachen nicht. Da habe ich dann so das restliche Harzgebe verklebt und ein bisschen weitergebaut, abgedichtet, den ganzen Sand und Bodengrund reingegeben und auch den Soll. Also das habe ich ja alles in Livestream gemacht. Ich habe ein bisschen was mit dem Handy gefilmt. Die Tage davor, wo ich immer wieder ein bisschen weitergebaut habe und verklebt habe, habe ich auch gefilmt, nur leider habe ich die Aufnahmen gelöscht. Also ist mir das erste Mal passiert, dass ich aus Versehen schon eine Specherkarte formatiert habe, die ich noch nicht gesichert hatte. Also da muss ich echt ein bisschen vorsichtiger sein, also da gab es leider ein bisschen weniger Aufnahmen, aber vom ersten Schritt vom Harzgebe habe ich ein paar Aufnahmen, die habt ihr schon gesehen. Und dann auch ein paar von Abdichten und vom Bodengrund, da habe ich auch ein bisschen was mit den Händen gefilmt. Und wo dann alles abgedichtet war, habe ich dann den Soll eingefüllt. Da habe ich wieder den Tropica Soll verwendet, zuerst bei den groben. Den habe ich überall eingefüllt, das sind ja lauter so Stufen. Wenn man so einen hohen Aufbau machen will, dann muss man das irgendwie mit Steinen oder so fixieren. Also ich habe immer so einen Stein weiter unten, dann die nächste Reihe ein bisschen höher und nach hinten versetzt und dann die nächste Reihe ein bisschen höher und nach hinten versetzt. Und so kann man einen richtig hohen Aufstieg machen, immer mit so Taschen, wo dann nachher das Soll reinpasst. Und das habe ich dann immer wieder nach oben gemacht und dann auch immer wieder die Taschen einzeln abgedichtet, so dass nichts von der obersten Tasche, die höher ist, nach vorne rutschen kann von den Soll, damit das nicht alles mit der Zeit nach unten rutscht. Alles auch abgedichtet und so kann man ganz einfach so einen hohen Anstieg von Soll und Bodengrund machen. Also immer mit so Treppen oder Terrassen kann man sie auch nennen, aus Harzgäb, Steinen, Wurzeln, je nachdem was ihr da verwendet. Ich wollte eigentlich eine Art Brasilian Style machen, aber es ist jetzt, finde ich, mehr ein Diorama Style geworden. Das mit den Stilrichtungen ist ja immer so eine Sache. Der Brasilian Style ist ja eigentlich auch eine Mischung aus Diorama und Holland Style, aber jetzt würde ich schon eher sagen, dass es mehr so Diorama mäßig ist und nicht so ganz klassisch Brasilian Style. Obwohl da noch so ein paar Pflanzenbüsche kommen werden, aber das kommt noch im nächsten Video. Und da habe ich jetzt einen Weg in der Mitte, beziehungsweise ein bisschen rechts gehalten, also nicht ganz in der Mitte, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Es gibt also eine Drittelregel, der braucht auch nicht verrückt machen und extrem viel schauen, sondern macht das einfach so circa. So circa immer beim Drittel vom Aquarium schaut so ein Endpunkt, also ein Fokuspunkt schöner aus als in der Mitte, also als wenn es genau in der Mitte ist. Und deshalb habe ich auch den Endpunkt so eher leicht rechts, aber trotzdem nicht so ganz rechts, damit ich halt auf der rechten Seite auch noch Platz habe für einen großen Aufbau. Ich habe hier so lauter so Linien zuerst gemacht, die von der einen Seite so Richtung Mitte zeigen und das sah dann ein bisschen zu unnatürlich aus. Und dann habe ich noch durch die anderen Steine, die dann so in die andere Richtung gehen, so wie den hier und die hier oben, die gehen so ein bisschen in die andere Richtung, die lösen das Ganze so ein bisschen auf, damit das nicht alles so linienmäßig aussieht, damit das nicht so unnatürlich aussieht und ein bisschen mehr Spannung reinbringt. Ich habe auch sehr viele Schatten, also ich habe die Steine immer so sehr überhängend platziert, so wie den zum Beispiel, da hat man dann richtig große Schatten und so Schatten machen so ein Layout richtig spannend. Also das ist immer ein guter Tipp, dass ihr versucht auch möglichst viel Schatten in ein Aquarium zu bauen. Denkt man vielleicht mal Schatten, da sieht man ja gar nichts mehr. Aber auch wenn man so ein Schatten ist, der ein bisschen dunkler ist, erkennt man trotzdem noch Details, aber es wirkt ein bisschen spannender, als wenn alles einfach stark beleuchtet wird und alles hell ist. Also von Sol habe ich schon etwa 6 Liter benutzt, also gar nicht so viel, aber ich habe versucht möglichst viel in die Taschen rein zu bekommen und dann noch circa so einen halben Liter, Liter von dem Powdersoil als Deckschicht, wo zum einen die Pflanzen besser halten und zum anderen nicht so viel Futterreste oder Fischkot in den Bodengrund einsickern kann. Hier in der Mitte habe ich ja den Sandweg und unter dem Sandweg habe ich auch Vulcano Minerval, dann eine Schichtsoil und dann habe ich das Ganze mit Watte abgedichtet. Also ich habe so Filterwatte genommen, da so ganz dünne Lagen gemacht und die dann auf den Soil bzw. auf den zukünftigen Sandweg aufgeteilt und komplett ausgelegt. Dann habe ich das Ganze mit Sekundenkleber fixiert. Da habe ich relativ viel genommen, also ich habe insgesamt glaube ich so 5 oder 6, ich glaube eher 6 Flaschen Sekundenkleber gebraucht, damit einfach alles hält, vor allem bei so steilen Aufstiegen und bei so einem Sandweg finde ich das immer wichtig, weil sonst ärgert man sich nachher immer nur, wenn irgendwas nicht so hält. Deshalb benutze ich da lieber ein bisschen mehr Sekundenkleber, ein bisschen mehr Kleber stellen, damit es auch wirklich bei der Pflege gut hält und nichts passieren kann. Also dann habe ich den Sandweg mit der Watte ausgelegt und mit Sekundenkleber fixiert, immer auf den Seiten, noch ein bisschen was in der Mitte vom Weg und dann kam auch schon der Sand rein. Also ich habe hier wieder den ADA La Plata Sand verwendet, das ist einfach der schönste Sand, also der schaut zum einen von der Farbe richtig gut aus, der ist nicht so komplett einfärbig, der schaut immer ein bisschen komisch aus, wenn man vielleicht so einen ganz hellen Sand hat, der gar keine Struktur drinnen hat und der ist auch ein bisschen von der Körnung unterschiedlich, also nicht so ganz einheitlich. Das schaut einfach viel natürlich aus, wenn das einfach so grobere und feinere Strukturen hat und auch ein paar dunklere und ein paar hellere Körner. Also der Sand, der ist einfach der schönste Sand, würde ich mal sagen, neben dem ADA Colorado Sand. Da habe ich noch ein bisschen was von den Doha Tropical River Sand benutzt, das ist so ein bisschen ein gröberer Sand, ich weiß nicht, ob man schon vielleicht Kies dazu sagen kann, ich weiß die Körnung nicht so ganz, aber das schaut von der Farbe fast genauso aus oder genauso aus wie der La Plata Sand, ist noch ein bisschen gröber und den habe ich überall vorne noch ein bisschen verteilt, damit die Struktur von Sand vorne einfach noch ein bisschen gröber ist, als die hinten von Sand weg und das Ganze wirkt dann einfach ein bisschen perspektivischer und ein bisschen natürlicher, finde ich. Dann habe ich noch einen Hammer genommen und einen Meißel und habe ein paar Steine zerkleinert, beziehungsweise versucht, möglichst viel Lava Bruch zu haben, den ich dann überall noch verteilen kann, also sind überall so kleine Stücke, die habe ich einfach mit einem Meißel und einem Hammer einen Stein ein bisschen zerkleinert, manche gehen da recht gut, dass man da kleine Stücke bekommt und bei manchen Labersteinen geht das nicht so gut, dann müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr da einen Laberstein vielleicht mehr kauft, der ein bisschen poröser ist, ein bisschen rauer von der Struktur, damit ihr den ein bisschen zerschlagen könnt und auch so ein bisschen Lava Bruch habt, damit einfach das Ganze auch ein bisschen eine feinere Struktur hat, weil wenn ich jetzt nur die großen Steine hätte, dann den Sand, dann würde das auch nicht so gut ausschauen und mit dem kleinen Laberbruch schaut das richtig gut aus, finde ich, und viel natürlicher. Dann mit dem Sandweg hinten bin ich mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, da habe ich jetzt mal so ein paar kleine Steine hingestreut, aber ich denke, das werde ich dann später noch, bevor ich es bepflanze, vielleicht noch ein bisschen ändern mit ein paar kleinen Steinen, muss ich mir nochmal anschauen, ich werde das Ganze ja jetzt im Darkstart starten, aber dazu kommen wir später noch. Ich habe natürlich auch wieder alle Sachen, was ich verwendet habe, unten in der Beschreibung verlinkt, also wenn ihr irgendwas darüber einkauft, dann supportet ihr mich, das sind Affiliate-Links von Liquid Nature, jetzt halt nicht mehr und ich bekomme ein bisschen was davon ab und kann mehr so Projekte wie das Aquarium hier umsetzen. Ich werde jetzt gleich das Aquarium befüllen und den Darkstart starten. Heute ist es eigentlich soweit und es kommt Wasser in das 60p. Also willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Bachi und ich werde euch zuerst mal die Technik uns so zeigen. Also das hier ist das Aquarium, ist ja ein Liquid Garden 60p mit 60 cm Breite, 36 cm Tiefe, also ein bisschen tiefer als das normale 60p, von 36 cm Höhe, also 77 Liter circa. Das Ganze steht da für ein Liquid Garden Premium Cabinets und die Lampe hier oben ist die Twinstar S3, also mit einer meiner Lieblingslampen. Ich finde die einfach vom Design richtig schön, das ist die SM, also die Metal Type mit den Metallfüßen. Hat, finde ich, ein richtig schönes Licht und schaut einfach schön aus, also mir gefällt sie richtig gut. Die Lampe übrigens von Twinstar EU gesponsert bekommen, schon vor, ich weiß gar nicht, vor über ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Die war vorher beim 60p, hier ist jetzt erstmal eine andere Lampe, aber die ist nur zwischenzeitlich, weil ich jetzt erstmal das Aquarium starten will. Hier kommt dann noch eine andere Lampe drüber. Dann der Unterschrank, ich habe hier schon die Steckerleiste montiert, in einem der letzten Videos, und der Filter ist gerade noch nicht da, sondern, den habe ich schon mal rausgeholt, der steht hier, und zwar ist es der Aquael Ultramax 1000, und den habe ich von Aquael bekommen. Ich hatte ihn noch nicht in Verwendung, deshalb kann ich euch noch nicht so viel sagen, aber ich habe nur vom Film gehört, dass er richtig leise sein soll, deshalb werde ich ihn mal ausprobieren. Er hat auch einen Vorfilter, da hat man hier so große Laschen, auf allen Seiten, dann kann man hier den Vorfilter aufmachen und rausholen. Finde ich auch eigentlich ganz cool gelöst, muss mal schauen, wie das dann so in Betrieb funktioniert. Er hat keinen Heizstab, aber jetzt ist es eh Sommer und richtig warm, deshalb kommt erstmal kein Heizstab rein, muss ich mal schauen, ob ich das dann im Herbst oder Winter mache. Den Filter werden wir natürlich noch anders bestücken, dafür habe ich wieder das Sicle Matrix, da kommt ein Liter in den Filter, aber das ist jetzt eine 2 Liter Dose, aber ich benutze einfach ein Liter davon. Dann habe ich den Schlauch, der dabei ist bei den Aquael Filter, der ist richtig weich, also finde ich richtig cool, aber ich werde die Schläuche runter adaptieren, weil das ja hier ein 60p ist, und da finde ich die 16-22mm Schläuche, beziehungsweise dann den Ein- und Auslass einfach zu groß, und das schaut in Aquael nicht gut aus. Deshalb habe ich hier auch wieder die Edelstahlreduzierstücke, also Schlauchadapter von Aquaona, die sind finde ich richtig cool, also sind aus Edelstahl, also so sehen die aus, also sind auf jeden Fall kleiner, das ist jetzt einer von Eheim, die sind zwar günstiger, aber ein großer Unterschied ist der Durchmesser innen, also die Aquaona Reduzierstücke haben einen größeren Durchmesser, als die von Eheim zum Beispiel, und bei seinen kleineren Durchmesser wird die Strömung echt sehr reduziert, bei denen ist ein bisschen weniger. Als Ein- und Auslass werde ich die Edelstahl von Liquid Nature benutzen, finde ich auf jeden Fall optisch ganz cool, ich finde zwar trotzdem Glas eigentlich schöner, vielleicht werde ich das nachher noch austauschen, so wie bei den Aquarien hier, aber jetzt erst mal Edelstahl, weil ich das wieder mal benutzen möchte. So, es ist zur Bestückung vom Filter, ich habe als unterste Kammer einen Spamm, der ist ziemlich fein, der kommt ganz unten hin, dann kommt die Kammer mit den Sikam Matrix, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Liter, aber so in etwa ein Liter, und dann kommt einfach eine leere Kammer, die lasse ich jetzt erstmal frei, ich glaube, die brauche ich erstmal nicht. Und dann kommt auch schnell Deckel drauf. Was ich schon mal richtig gut finde, bei den Kammern, ist, dass die richtig gut ineinander sliden, oder beziehungsweise ineinander passen. Bei manchen Filtern ist es so, wenn man die Körbe in den Filter reingibt, umso ein bisschen aufpassen, die hast du ja auch wirklich ineinander stecken, damit die Abdeckung oder der Kopf drauf passt. Hier passt das echt gut ineinander, und es slidet gleich ineinander ein, also braucht man sich da keine Sorgen machen, man braucht nicht zu aufpassen, dass das wirklich alles ineinander ist, und der Filter dann dicht ist. Aber wir machen erstmal den ganzen Filter zu. So, das Aquarium ist befüllt, also ich glaube, es ist einfach gleich mit das Mossewasser befüllt, und den Darkstart gestartet. Jetzt die ersten Wochen, so in etwa drei Wochen, werde ich jeden Tag das Night Out 2 vom Microplift verwenden, und einmal die Woche einen Wasserwechsel machen. Den Darkstart würde ich jetzt so in etwa für vier Wochen laufen lassen, ich bin euch so ganz sicher, ich werde dann alle drei Aquarien relativ zeitnah gleichzeitig bepflanzen, deshalb kann es auch sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber so vier Wochen ist, glaube ich, sonst so ein guter Zeitraum, wenn man nur Steine hat. Wenn man Holz auch in den Aquarium hat, würde ich halt immer darauf schauen, dass der Bakterienrassen von Holz weg ist, und so lange den Darkstart machen, wie das Holz halt noch die Bakterienrassen hat. Also das Aquarium läuft jetzt schon circa eine Woche in Darkstart, und ich muss sagen, mit dem Filter bin ich sehr zufrieden, er ist wirklich sehr leise, also ich war echt ein bisschen erstaunt, weil er echt leise ist, also ich habe bei mir mehrere Filter, und man hört immer irgendetwas Brummen oder Surren, aber wenn man sein Ohr in den Unterschrank oder seinen Kopf in den Unterschrank reinhält, hört man einfach nichts, im Vergleich vor allem zu den anderen Aquarien, so Geräusche sind ja immer ziemlich unterschiedlich, jeder nimmt die anders drauf, aber der Aquael-Filter ist echt der leiseste, was ich bis jetzt gehabt habe. Also falls ihr einen leisen Filter sucht, dann ist das der richtige für euch. Ich habe die Edelstahl-Ein- und Auslässe in 16mm, und deshalb habe ich ja den Schlauchdurchmesser reduziert, das habe ich ziemlich am Anfang vom Filter gemacht, und das funktioniert sehr gut, also ich habe jetzt nicht so extrem viel Strömung, und dadurch ist die Strömung ja auch ein bisschen niedriger, der Filter ist ja relativ stark dimensioniert für einen 60p, deshalb denke ich, wenn man halt die runter reduziert, dann passt das auf jeden Fall sehr gut mit der Strömung, weil ich finde immer so 16mm, 22mm Ein- und Auslässe schauen beim 60p nicht gut aus, deshalb würde ich immer die Schläuche reduzieren, damit ihr da kleine Reihen- und Auslässe benutzt für einen 60p, oder halt alles in der Größe circa. Also ich habe das Setup jetzt zusammengestellt, und jetzt ist es eigentlich fertig, und ich muss sagen, es ist echt mein Traum-Setup geworden, aus allen Komponenten, und ich werde euch jetzt alle aufzählen und erklären, welche ich genommen habe, und warum ich mich für welche entschieden habe. Dann fangen wir mal mit der Aquariumgröße an. Also ich habe hier einen Liquid Garden 60p, 60p heißt halt immer, die Breite ist 60, und p steht für Pool, also Poolbauweise, dass keine Stege oder irgendwelche anderen Abdeckungen drauf sind. Also mal kurz zur Erklärung. Und das Aquarium ist 60 x 36 x 36 cm, also man hat richtig viel Platz zum Scapen, und hat so circa 77 Liter. Und die Aquariengröße würde ich jedem Einsteiger empfehlen, also wenn ihr gerade anfangen wollt, und überlegt vielleicht ein ganz großes Aquarium zu machen, nehmt euch zuerst ein 60er Aquarium, am besten halt mit 36 cm Tiefe, weil da hat man viel Platz zum Scapen, es ist noch nicht so groß, dass man so viel Geld für Harz, Boden, Grund und Pflanzen ausgeben muss, wie jetzt zum Beispiel für ein 1,20m Aquarium, oder für was noch Größeres, und es ist auch relativ schnell mal neu gemacht. Also natürlich, man braucht ein bisschen Zeit, und man kann dann irgendwie nach einem halben Jahr oder Jahr, vor allem am Anfang, wenn man noch einige Fehler gemacht hat, das Aquarium abbauen und wieder neu aufbauen. Also das Aquarium, Liquid Garden Aquarium, ist aus Weißglas gefertigt, schöne Kanten, also die Kanten sind schön geschliffen, und es ist transparent verklebt. Es ist immer wieder mal die Frage, was ist so der Unterschied zwischen den ganzen Aquarien? Also es gibt Weißglas Aquarien, also das Opti-Weißglas, so wie das hier. Da gibt es auch immer ein bisschen unterschiedliche, also es gibt viele verschiedene Weißglas Aquarien, manche sind vielleicht nicht so schön verklebt. Die, was ich jetzt habe, sind alle auf Stoß verklebt, also ohne Silikonnaht innen, und wirklich sehr schön und dezent verklebt. Und die Kanten sind schön geschliffen, das ist bei manchen auch nicht so, dass dann die Kanten einfach nicht so schön ausschauen. Ist natürlich immer Geschmackssache, muss jeder selbst entscheiden, was er da haben möchte. Aber ich finde die Liquid Garden Aquarien mit am besten, aus der Kombination aus der Qualität und den Preis und den Maßen von den Aquarien, finde ich die einfach am besten. Dann muss das Aquarium natürlich auch irgendwo draufstehen, bei so einem 60 cm Aquarien, würde ich mir schon ein bisschen Gedanken machen, wo man das draufstellt. Das würde ich jetzt nicht auf jeden Schrank draufstellen, ohne den irgendwie zu verstärken. Ich habe hier den Liquid Garden Premium Cabinet, ist ein sehr hochwertiger Unterschrank von Tischler gefertigt, komplett lackiert, mit Buster Open, mit verstellbaren Füßen, innen silikoniert und auch innen komplett lackiert. Also ist sehr hochwertig gearbeitet, aber dafür auch nicht so günstig. Den kann ich echt empfehlen, wenn ihr da ein bisschen Wert auf die Optik legt. Sonst würde ich schauen, dass man irgendeinen anderen Aquarienunterschrank nimmt oder irgendeinen anderen Unterschrank verstärkt oder was selbst baut. Aber da müsst ihr echt drauf schauen, dass es wirklich stabil genug ist, weil so bei 77 Liter könnten so ganz günstige Ikea-Schränke, wenn die nicht verstärkt sind, schon ein bisschen nachgeben, also da ein bisschen drauf achten. Dann zwischen Aquarium und Unterschrank ist eine Unterlagmatte. Würde ich immer empfehlen, auch wenn man jetzt sagen könnte, bei einem schönen Schrank, der wirklich gerade ist und wo keine Unheben gehalten sind, braucht man ihn nicht unbedingt. Aber ich würde sie trotzdem empfehlen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe jetzt hier die von ADA, die Gardenmats. Da ist der große Vorteil, die ist aus Kautschuk und lässt sich nicht so zusammendrücken. Vielleicht kennt ihr es aus den ganz günstigen Unterlagmatten. Wenn ihr die unter das Aquarium legt und dann irgendwo das Aquarium abbaut, ist das wie ein Stück Papier und komplett zusammengedrückt und gleich denkt eigentlich nicht mehr wirklich was aus. Also da kann ich die von ADA echt empfehlen. Dann eine Sache, was mir glaube ich noch zum Traum-Setup fehlt, ist eine beleuchtete Rückwand. Ich habe jetzt hier die Milchglasfolie von ADA benutzt. Ich denke, ich werde da vielleicht irgendwann noch eine beleuchtete Rückwand verwenden. Also das ist noch eine Sache, was mir dazu fehlt, dass es wirklich mein Traum-Setup wäre, dass ich wirklich alles hätte, was ich mir wünschen würde für das Aquarium. Aber ich habe jetzt hier die Milchglasfolie, schaut auch ganz gut aus, also reicht auf jeden Fall auch. Vor allem von Anfang, ich nehme da manchmal die auch vom Baumarkt. Da muss man schauen, dass die Struktur oder die Milchglas, der Transparentheitsfaktor, dass der passt, dass es nicht irgendwie zu transparent ist oder zu weiß. Da müsst ihr schauen, was euch am besten gefällt. Aber ich habe mit dem Baumarktfolien auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten habe ich hier jetzt die von ADA. Die von ADA ist auf jeden Fall ein bisschen dicker und fühlt sich hochwertig an und gefällt mir auch sehr gut. Dann geht es auch schon los mit der Technik. Beim Filter habe ich den Aquael, den Ultramax 1000. Habe ich jetzt das erste Mal verwendet und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Filter. Also wenn man den Kopf in den Unterstrang reinhält, dann hört man den nicht mal. Also das ist wirklich extrem leise. Falls ihr einen leisen Filter braucht, kann ich euch den sehr empfehlen. Hat auch einen Vorfilter, das Aquarium läuft jetzt noch im Tagstart, also ohne Pflanzen und ohne Licht eigentlich. Jetzt habe ich das für das Video, das Licht an. Falls ihr euch hundert, warum da keine Pflanzen drinnen sind, das kommt noch. Aber der Filter ist echt extrem leise. Also wenn ihr den leisen sucht, dann kann ich euch den sehr empfehlen. Ich habe noch bei einem anderen Aquarium den Oase-Filter, mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Hat den Vorteil von dem Heizstab, aber ist dafür nicht so leise wie der Ultramax. Also ich bin echt sehr begeistert von dem Filter. Den Filter habe ich mit Sikker Matrix bestückt, ca. einen Liter. Also zuerst Schwämme, dann der Sikker Matrix und so habe ich das aufgebaut, dass zuerst der grobe Schmutz durch die Schwämme rausgefiltert wird und dann das biologische Filtermaterial des Matrix nicht so belegt wird, so schnell. Ich habe die Schläuche dann runter reduziert von dem Filter, weil das ja 16-22mm Schläuche sind mit den Edelstahlreduzierstücken von Tobi von Aquaona. Die finde ich echt gut und kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich hier erstmal den grauen Schlauch von JPL, so bräunlich grau und die Edelstahl-Ein- und Auslässe von Liquid Nature. Da muss ich sagen, bin ich noch an überlegen, ob ich das irgendwann noch tausche gegen Glas-Ein- und Auslässe und dann den transparenten Shihiros-Schlauch nehme. Ich glaube, das werde ich noch irgendwann machen in Zukunft. Dann noch ein Skimmer. Ich habe hier wieder den Ehheim-Skim 350, also den von Ehheim mit dem Skimm-Card von Liquid Nature. Den kann ich auf Dauerbetrieb laufen lassen, es werden keine Garnelen eingesaugt. Ich bin da noch an überlegen, ob ich mal den von OASI ausprobieren soll. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Skimmer, aber ich werde ihn eigentlich mal probieren und mir selbst ein Bild machen, wie er mir dann so wirklich im Betrieb gefällt. Also schreibt meine Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt, dass ich mir den mal kaufe und ausprobiere. Dann zum CO2, da habe ich ja letztens ein Video gemacht, ist jetzt hier oben verlinkt. Da habe ich die von 2 Twisty-Anlage für zwei Aquarien, der CO2 Pro Regulator Plus, also mit zwei Ausgängen und einer ganz normalen 2 Kilo Mehrwegflasche. Die habe ich in den Unterschrank und das 45P neben den Aquarien wird auch noch mit CO2 betrieben. Und das Ganze wird dann mit einem Twinster Diffusor eingetragen, also einfach im Aquarium ein kleiner Acryl Diffusor. Ich muss sagen, die gefällt mir eigentlich fast am besten. Finde ich optisch ganz schön, sind auch nicht so teuer, also kann ich nur sehr empfehlen und versträuben das CO2 sehr gut. Dann zum Highlight von dem Aquarium, also ihr seht jetzt vielleicht schon, die Lampe. Das ist jetzt die Solar RGB von ADA, aber jetzt so vom Größenverhältnis, vor allem weil es ja ein Liquid Garden Aquarium ist, was 36 cm tief ist, da passt die Lampe echt gut. Ich glaube bei einem ADA 60P finde ich die Lampe dann ein bisschen zu groß, aber hier passt sie echt gut. Ich möchte hier ziemlich viele bunte Stängepflanzen haben, deshalb denke ich, dass die Lampe da echt eine gute Wahl ist und das Aquarium gut ausleuchten wird. Preislich glaube ich, brauche ich mich gar nicht über die Lampe diskutieren, die ist einfach ziemlich teuer, vor allem für einen 60P im Vergleich zu anderen Lampen. Ich habe dann auch bei einem anderen Aquarium die Twinster SM3, also die dritte Generation von der S-Serie, mit den Metallfüßen, die wir auch noch eine gute Option für das Aquarium, wäre auch ein bisschen günstiger, kann ich auch sehr empfehlen, gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das Meiste haben wir jetzt durch an Technik, was vielleicht noch kommen wird, ist ein Twinster Sterilisator, also ein Twinster M5 wird dann denke ich für das 60P kommen, den habe ich jetzt noch nicht da, der wird aber noch rankommen, den werde ich dann auch noch verwenden. Der reduziert die Keimdichte und die Algensporen, ist auf jeden Fall eine gute Sache für das Aquarium. Eingerichtet habe ich das Aquarium ja auch schon, mit schwarzer Lava. Zuerst wollte ich so eine Art Brasilien-Style machen, jetzt würde ich aber ja mal sagen, dass es mehr so eine Diorama-Richtung ist, weil es wirklich so einen Weg hat und richtig sehr perspektivisch ist. Und da habe ich so circa 20 Kilo schwarze Lava verwendet, also echt viel. Das Leerhaut ist wirklich sehr massiv. Ich habe dann auch Säule im Hintergrund und dann alles abgedichtet mit Watte und dann immer so Stufen gemacht, also so Terrassen, wo dann Pflanzen hinkommen. Vorne habe ich den Adiala Plata Sand mit einem Weg nach hinten, der mit Watte untergelegt ist, damit das nicht absickert. Zu den Hardscape habe ich auch schon ein Video gemacht, ist jetzt hier oben verlinkt. Und das war so das Setup. Ich muss echt sagen, es hat sich so ergeben, dass es jetzt eigentlich mein Traum-Setup ist. Also vielleicht noch so Ein- und Auslässe und ein Lightground. Aber im Großen und Ganzen ist das echt schon alles, was man sich eigentlich wünschen könnte für ein Aquarium. Und echt schon ein sehr neißes Setup. Oder was meint ihr, habt ihr noch irgendwas anderes, was ich noch dazu brauche? Oder was ihr sagt, es fehlt noch, so wie ein Lightground? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also es lief jetzt in etwa fünf Wochen im Darkstart, also ohne Licht und ohne Pflanzen. Dadurch können die ganzen Bakterien schon mal entstehen im Bodengrund. Und auch ein großer Punkt war, dass ich einfach noch auf die Pflanzen gewartet habe. Deshalb habe ich auch einen Darkstart gemacht. In dem Fall habe ich das diesmal so probiert, dass ich keinen Wasserwechsel gemacht habe. Aber nur, weil ich keine Wurzeln im Aquarium habe. Weil wenn ich Wurzeln oder Holz im Aquarium habe und ich mache einen Darkstart, habt ihr es vielleicht schon mal gemacht, habt gemerkt, da ist ziemlich viel biologischer Abfall, was dann von den Wurzeln kommt. Meistens jetzt mal noch Schnecken ein und die fressen die Bakterien und da würde ich auf jeden Fall einen Darkstart machen. Hier muss ich sagen, lief es jetzt echt gut, also ist nirgendwo irgendwo Mulm abgelagert. Deshalb denke ich, dass es auch ohne Wasserwechsel funktioniert, wenn man kein Holz hat. Bei Holz würde ich schon einen machen, weil ich habe schon gemerkt, dass wenn man den mal zwei, drei Wochen nicht macht, dann hat man relativ viel von dem Mulm. Aber heute geht es an die Bepflanzung und dafür müssen wir erstmal das ganze Wasser ablassen. Ich werde einfach das Wasser ablassen und füllen dann mal auf die Seite. Wenn der jetzt so für eine Stunde aus ist, ist es nicht so schlimm oder ein und halb, dann mache ich mir keine Sorgen. Ich setze sowieso nicht gleich Tiere ein nach dem Bepflanzung, sondern lasse mir da ja auch einige Wochen Zeit, bis dann erst Tiere reinkommen. Deshalb ist es nicht so schlimm. Ich habe die Pflanzen von den Pflanzen zur Verfügung gestellt bekommen und habe auch ein großes Unboxing aufgenommen. Da seht ihr alle Pflanzen, die was ich für die drei Aquarien hier habe und auch für das Aquarium waren die Pflanzen natürlich dabei. Und ich habe jetzt die Pflanzen schon vorbereitet. Also hier habe ich alle Pflanzen vorbereitet. Zum einen Teil die ganzen Putzen vor der anderen sind die ganzen Stängel Pflanzen, weil ich denke, einige Pflanzen vorbereiten, kennt ihr vielleicht schon und das ist dann einfach zu langweilig. Wasser ist draußen, es geht los. Ich habe hier drei unterschiedliche Pinzetten. Einmal eine ganz große ADA-Pinzette, die ganz kleine ADA-Pinzette, die S, die XL und einmal die Doha-Pinzette. Einfach so unterschiedliche Größen, weil wenn ich beispielsweise hier unten was pflanzen will, komme ich da nicht zu gut hin. Da ist die kleine ein bisschen besser. Wir fangen jetzt mal vorne und beim Sandbereich an. Dafür habe ich mehrere Pflanzen. Einmal Kryptochirne Pava, einmal Elycharis Mini, einmal HCC, also Hemiatus Cuba und dann noch Rodala Indica oder Rodala Bonsai, heißt sie auch manchmal. Die Pflanzen kommen jetzt mal vorne hin. Also ich fange vorne an und nicht weiter hinten, weil sonst würden die Pflanzen weiter hinten oder weiter oben vertrocknen. Deshalb zuerst die Vordergrund oder Bodendeckenden Pflanzen, teilen wir die Pava auch gleich ein bisschen auf und weil das ja ein Diorama-Style werden soll und eine richtig gute Perspektive kriegen soll, kommt die Pava jetzt weiter vorne hin, weil das eine größere Pflanze und das durch Haare ist, bleibt dann weiter hinten, damit das einfach seine Tiefe bekommt. Und ich fange einfach mal an, so bei verschiedenen Stellen zu setzen. Ich mache das immer so, dass ich zuerst ganz grob verteile und dann ein bisschen enger zusammengehe, weil dann kann ich mir die Portion von den Pflanzen besser einteilen, weil wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt mal hier an, setze hier alles ziemlich dicht und dann hier komme ich an und habe nichts mehr, dann habe ich vor allem hier auf der Seite keine Pava mehr und dann schaut das komisch aus. Deshalb immer auf beiden Seiten und dann hat man auch seine Ballons aus beiden Seiten. Dann hat man auf beiden Seiten die selbe Pflanze und das macht es einfach ein bisschen natürlicher und schaut dann gut aus. Jetzt kommt das ehrlich Harris, das kommt erstmal weit hinten hin, weil das ist halt ganz fein und das wirkt dann richtig weit weg. Jetzt die Portala Indica, die kommt ein bisschen mehr in den Säulen, also die glaube ich wird in den Sand nicht so gut wachsen. Die kommt jetzt in den Übergang in den Säulen. So, jetzt geht es erstmal weiter mit Bogus Demon Helferi, Styrogyne Rehbands und Altainer Renegi Mini. Die sollen hier so in den Bereich kommen und hier so. Vor allem für so verschiedene Farben ist das ganz gut. Und hier daneben geht es weiter mit der Styrogyne Rehbands. Ich hoffe mal, dass es hier nicht zu schattig ist. Hier in der Ecke kommt wahrscheinlich eine Puzo Philandra rein, weil da ist einfach dann wahrscheinlich zu schattig dafür. Aber ich hoffe auch, dass die Styrogyne Rehbands dann so kriechend über den Stein hier wächst. Also hier so drüber. So, Bogus Demon Helferi habe ich mir hier gedacht. Hier kommt noch ein Busch Altainer Renegi Mini dazu, damit es auch so ein bisschen, damit hier ein Übergang aus Farben ist. Hier rot, grün, rot, grün, damit es so einen Übergang hat. Und hier sind noch ein bisschen Styrogyne Rehbands so, hier ist jetzt auch wieder ein bisschen Styrogyne Rehbands. Wie gesagt, damit es so beiden Seiten ähnlich ist. Dann kommt hier so auf der Seite, also hier in der Spiegelung sieht man dann die reine eine Gemini, was rot ist. So, und hier kommt jetzt noch die Guardiola Viscadula hin. Da habe ich ein bisschen abgeschnitten, damit die nicht zu groß ist. Und die kommt hier hin. Und damit das wieder mit den Seiten passt, kommt hier hinter auch noch Guardiola Viscadula in die Spalte, damit die hier so rauswächst. Im besten Fall. Zwischendurch immer wieder besprühen, damit nichts ausprocknet. Ich habe jetzt noch jede Menge übrig, aber ich werde das jetzt mal aufheben, mit den anderen Pflanzen weitermachen. Und dann am Schluss schaue ich noch, wo was hinpasst. So, jetzt geht es weiter mit Puzo philandras und Moos und der Udricularia. Also einmal Puzo philandras Sympirio Brown, also eine größere. Einmal hier die Anubia Spangolino. Einmal die Puzo philandras Mikrandra Needleaf, Ricardia Tecomete folia und Udricularia. Die Pflanzen will ich jetzt klemmen und zum Teil einfach festkleben mit den Gelkleber von Mycob Lift. Ich fange mit den größeren Puzo philandras weiter vorne an. Weil die sind ja weiter vorne und die wirken dann auch größer und dann wirken die kleineren, was weiter hinten sind, weiter weg. Das ist auch wieder so ein Tiefeneffekt. Und die kommen in die ganzen Schatten, weil dann wirken die Schatten ein bisschen spannender, wenn man da auf einmal irgendwelche Puzo philandras sieht und nicht einfach nur schwarze Schatten, wo nichts los ist. Und die Markantra Needleaf kann dann weiter hinten hin. Dann hat man auch gleichzeitig seinen Tiefeneffekt. Ich versuche alles, also so viel wie möglich, in die Spalten zu stecken. Und dann haben die einfach nicht so viele Probleme mit dem Kleber. Und das mache ich irgendwie ein bisschen lieber. Bei der Utriglaria muss ich sagen, habe ich ein bisschen Angst, dass die mehr eingehen. Ich bin mal gespannt. Ich werde sie mal probieren und mal schauen, wie sie so wächst. Die soll halt vor allem hier so zwischen den Steinen sein. Die werde ich auch nur so Aufsetzen platzieren, weil im Soll funktioniert die nicht so gut. Das Schöne ist halt an der, die ist halt richtig hellgrün, wenn die da mal wächst. Mit dem Moos und mit den anderen Puzo philandras und Anubias mache ich dann später weiter. Jetzt will ich jetzt meine Stängepflanzen machen und dann am Schluss nehme ich mir noch Zeit und mache das Ganze in Ruhe, damit ich wirklich sehr detailliert den Weg mit den ganzen Anubias platzieren kann. Dann habe ich hier noch drei Pflanzen. Einmal Rotala Wayanat, die wird so gründig wie die Rotala Queen, nur ein bisschen kompakter. Hemeanthus Glomeratus, wie die Rotala Queen, nur halt noch kleiner und viel schnell wachsender. Die ist echt fast ein Horror. Dann habe ich hier einmal Rotala Hara, die wird ziemlich rot und einmal Rotala Laos, die wird so gelblich. So und jetzt möchte ich also Farbverläufe haben, deswegen muss ich ein bisschen schauen, wo ich jetzt was setze. Ich habe jetzt hier mal die Rotala Hara und die kommt hier hin. Also hier in dem Bereich soll es rot sein und hier weiß ich noch gar nicht genau, wie ich das da mache. Ich habe jetzt hier die Rotala Hara, jetzt möchte ich hier einen Verlauf haben von gelb zu grün. Also kommt jetzt mal die Rotala Laos daneben beziehungsweise zwischen den Steinen hier. Jetzt die Rotala Wayanat ganz links außen. Im Jantus Cameratus kommt jetzt hier hinten hin, soll hier hinten voll wachsen, weil es schaut dann einfach weiter weg aus. Und hier hinten kommt jetzt noch die Rotala Laos hin, also so gelblich. Und ganz in die Ecke kommt jetzt noch Rotala Hara. Die letzten Pflanzen werde ich jetzt ohne Kamera machen, da habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit und kann mir alles anschauen und kann es einfach ein bisschen genauer machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ein paar Tage sind vergangen. Ich habe mir da noch extra viel Zeit gelassen, um alles detailliert zu bepflanzen. Ich habe da noch die Hälfte der Pflanzen fast noch im Nachhinein eingesetzt, weil es im Video einfach immer ein bisschen schwieriger ist. Da muss ich schauen, dass alles auf der Kamera ist. Und so möchte ich einfach bei so einem Diorama-Scape einfach mir mehr Zeit nehmen, damit es auch wirklich gut wird. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr zufrieden. Also es läuft jetzt schon so drei, vier Tage und mir gefällt es richtig gut. Ich weiß nicht, ob es die Beleuchtung ist, das Hardscape oder die Bepflanzung. Ich glaube, alles zusammen. Das Aquarium gefällt mir richtig gut. Ist wirklich mein Favorit jetzt, obwohl es gerade bepflanzt ist. Und die Pflanzen sich erst umstellen müssen. Und wenn die Pflanzen dann richtig schön gewachsen sind, wird es nochmal krasser werden. Aber jetzt fasziniert mich das Aquarium selbst schon sehr. Und ich schaue es mir jetzt zurzeit echt gerne an und entdecke neue Sachen, obwohl ich selbst bepflanzt habe. Also ich habe mir wirklich Zeit genommen, vor allem für den Bereich hinten, die ganzen Anubias und so aufgeklebt, dass die schön sind, dass die passen. Man wird auch viele davon einfach nicht sehen wahrscheinlich, nur wenn man genau schaut aus manchen Winkeln. Aber das finde ich auch cool, auch wenn man es nachher vielleicht auf den Final Shot, weil ich werde davon sicher auch einen Final Shot machen. Wenn das Aquarium mal schön eingewachsen ist, dann wird man wahrscheinlich die meisten davon gar nicht sehen. Aber ich weiß, dass sie da sind. Und wenn man so hinschaut auf manche Stellen, sieht man sie dann versteckt. Und das finde ich richtig cool. Also ich bin mal echt gespannt, also die Uticularia schaut nicht so gut aus. Ich glaube, die werde ich sogar rausnehmen. Ich bin mir da echt noch nicht so sicher, ob mir die so gefällt. Das Riccardia aber finde ich auch richtig nice. Das passt richtig gut, das Dunkelgrün als Kontrast zu den schwarzen Steinen. Und auch die ganzen anderen Pflanzen, das passt einfach richtig gut. Und ich bin richtig happy mit der Pflanzenauswahl. Ich werde, denke ich, relativ bald, sobald die Pflanzen sich ein bisschen mehr angefangen haben, sich zu umstellen, die Rotales zurückschneiden. Also die werde ich relativ häufig schneiden müssen, weil die haben echt nicht viel Platz zum Wachsen in die Höhe. Und die sind halt immer eher kleiner sein. Deshalb muss ich die wahrscheinlich relativ häufig zurückschneiden. Aber das gehört auch mal dazu. Also bei manchen Leers hat man einfach mehr Arbeit. Und das wird so ein sein, wo ich halt einfach die Stängepflanzen relativ häufig schneiden muss. Auch das Himianthus glomeratus ist eine Pflanze, was extrem schnell wächst. Die werde ich auch oft schneiden müssen. Aber ich denke, das ist trotzdem noch in Ordnung und nicht so extrem viel, weil ja jetzt nicht so viele Stängepflanzen sind. Das Moos habe ich auf manchen Stellen einfach aufgerieben. Da war ich mir auch nicht ganz sicher, ob das auch halten wird. Aber bei vielen Stellen ist es jetzt noch da, was ich aufgerieben habe. Und ich habe auch manche Stücke einfach aufgeklebt, dass einfach so ein paar Polster sind. Ich muss mal schauen, wie sich die dann festwachsen, dass ich die vielleicht ein bisschen wegbürste. Weil so ganz aufgeklebte Polster sind zwar manchmal ganz schön, aber oft sehen sie auch ein bisschen zu künstlich aus. Also muss man ein bisschen schauen. Ich habe dann noch das CO2 montiert. Ich habe hier die Mehrweganlage von Strydraise, den Pro-Regulator für zwei Aquarien. Also einmal für das Aquarium und einmal für das 45P daneben. Das wird jetzt später in Betrieb genommen. Aber erst mal das 60P. Und als Diffusor habe ich den Twinster Diffusor in der Größe M. Und habe mir noch das ADA ClearBud Set gekauft. So ein Silikonschlauch, so ein Milchglasartiger mit so kleinen Saugnäpfen. Das finde ich schon einfach am besten aus. Ist am cleansten. Man hat nicht zu viele Teile, was man da benutzt. Dann einfach noch das Rückschlagventil und dann ein druckfester Schlauch bis zur CO2 Anlage. Und so habe ich das eingestellt. Ich habe jetzt gerade das CO2 ausgeschaltet, damit es einfach für das Video ein bisschen mehr zu sehen ist. Weil sonst haben wir immer die ganzen Blasen im Wasser. Und ich bin auch dabei, das CO2 wirklich genau einzustellen. Damit es wirklich passt, damit es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Dafür habe ich einen CO2 Dauertest, den muss ich noch austauschen. Ich hatte nur noch so einen ganz großen Dauertest, der einfach viel zu groß aussieht. Und mit denen stelle ich dann das CO2 ein. Wenn so nach ein paar Stunden der Dauertest grün ist, dann passt das. Dann ist es in Ordnung. Wenn es dann abends, kurz bevor das Licht ausgeht, der Dauertest grün wird und den ganzen Tag blau, dann ist es zu wenig. Wenn er schon so mittags oder nach ein paar Stunden gelb wird, dann ist es zu viel CO2. Und ich benutze hier eine 30 Milligramm Testflüssigkeit. Ein- und Auslässe habe ich ja jetzt erstmal die von Liquid Nature, die aus Edelstahl. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der Look davon einfach nicht so. Also ich werde die jetzt die nächsten Wochen austauschen gegen Glas und auch den transparenten Schlauch von Shihiros nehmen. Und dann einfach wieder schöne Glas-Ein- und Auslässe haben. Die finde ich einfach viel schöner. Man muss die zwar dann so alle zwei Wochen putzen, damit sie wirklich schön sind. Aber das, die nämlich in Kauf, dafür schaut das einfach zehnmal schöner aus. Und die Strömung ist auch dann ein bisschen besser. Jetzt ist die Strömung ja ziemlich zielgerichtet. Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde jetzt gar nicht, dass die Strömung zu übertrieben hier ist. Also es geht in Ordnung. Ich habe zwar einen großen Filter. Ich habe hier den Aquael Ultramax 1000. Aber ich habe die Ein- und Auslässe reduziert, die Schlauchdurchmesser. Dadurch habe ich dann einfach ein bisschen näher Durchfluss. Und vor allem ich kann kleinere Ein- und Auslässe nehmen, was einfach besser aussieht. Weil hier jetzt 16-22mm Glas-Ein- und Auslässe wird, glaube ich, vom Platz gar nicht passen. Und wird einfach blöd ausschauen in den 60p. Deswegen würde ich in den 60p immer die Ein- und Auslässe reduzieren, damit man 12-16 Ein- und Auslässe hat. Den Filter habe ich auch anders bestückt. Und zwar mit Sikiamatrix, ca. 1 Liter und Schwämme. Hier habe ich keinen Sikiam-Burritschein drinnen, weil ich kein Holz habe. Und ich finde das Wasser schon einfach glasklar aus. Also sehe ich da auch jetzt keinen Sinn, dass ich da jetzt auch noch ein Filter mit umrein gebe, was die Färbung rausnimmt. Weil ich eigentlich hier gar keine Färbung habe. Das hat mich echt überrascht. Schaut einfach richtig klar aus. Vor genau vier Wochen habe ich das Aquarium bepflanzt und jetzt sind auch schon die ersten Tiere reingekommen. Aber dazu komme ich noch später. Zuerst möchte ich auf die Probleme eingehen, die so die ersten Wochen aufgetreten sind. Problem Nummer 1 waren Algen. Also ich habe das Aquarium gestartet. Ich habe einen Tagstart gemacht, also vier Wochen ohne Licht, ohne Pflanzen, dass die Bakterien sich schon mal bilden können. Aber ich habe trotzdem Algen bekommen. So nach ca. einer Woche hatte ich die ersten Fadenalgen. War auch schon ein bisschen mehr, also es waren relativ viele Fadenalgen. Ich habe dann einfach einen Wasserwechsel gemacht. Ich habe gleich mit einem wöchentlichen Rhythmus angefangen. Also jede Woche einmal einen Wasserwechsel. So ca. 50% manchmal ein bisschen mehr. Und habe versucht die meisten Fadenalgen wegzusaugen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Sie sind in den ersten Wochen immer ein bisschen wiedergekommen. Aber nicht mehr so stark, wie sie einmal kurz waren. Und das Algenkommen, wenn man in ein Aquarium startet, ist eigentlich ganz normal. Also das Aquarium ist dann noch nicht so im Gleichgewicht und muss sich erst einstellen auf alles. Und da kann es oft mal sein, dass irgendwas nicht passt und ein paar Algen kommen. Da würde ich euch immer empfehlen, einfach mal das Aquarium laufen zu lassen. Ich mache einmal die Woche einen Wasserwechsel, 50%. Versuche möglichst viele Algen zu entfernen. Und dann meistens, so wie jetzt zum Beispiel nach vier Wochen, sind so gut wie alle Algen weg. Problem Nummer zwei, es haben sich Pflanzen aufgelöst. Ich habe ja hier sehr viele unterschiedliche Pflanzenarten eingesetzt. Und zwei davon haben sich aufgelöst und sind jetzt nicht mehr hier. Also das kann leider immer wieder mal passieren, wenn man Pflanzen in ein Aquarium einsetzt. Es kann mehrere Gründe haben. Zum einen, dass man die Pflanze vielleicht ein bisschen beschädigt beim Einpflanzen, beim Vorbereiten. Dass man die Wurzeln sehr beleidigt. Dass die Pflanzen sich von E-Meers zu Submeers umstellen müssen. Also von Überwasserwuchs zu Unterwasserwuchs. Da kann manchmal sein, dass die Pflanze dann weggammelt. Oft ist es dann so, dass die Wurzeln noch da bleiben und die Pflanze wieder kommt. Dass nur die E-Meersenblätter abweggammeln. Aber manchmal kann auch sein, dass die ganze Pflanze eingeht. Ich mache das immer so, dass ich versuche, möglichst viele von den abgestoppenen Blättern zu entfernen. Und halt die Wurzeln noch da zu lassen. Entweder wegschneiden oder nur absaugen. Manchmal geht das ganz gut. Weil ich möchte nicht so viel biologischen Abfall und so in ein Aquarium haben. Was dann auch das Wasser wieder belastet. Deshalb versuche ich da alles rauszuholen. Und in meinem Fall waren es zwei Pflanzen, die sich aufgelöst haben. Einmal die Utricularia kam mit die Folia. Da muss ich sagen, habe ich mir schon am Anfang gedacht, dass es sein kann, dass die kaputt geht. Weil es ist eine carnivare Pflanze, also eine fleischfressende Pflanze. Die braucht relativ wenig Nährstoffe. Und ich habe hier relativ viel Soll. Und da sind hier ziemlich viele Nährstoffe von Anfang an. Und bei der Utricularia kann man so sagen, die ist so 50-50, ob sie es schafft oder nicht. Wenn sie mal eingewachsen ist und gut wächst, dann funktioniert sie richtig gut. Aber am Anfang ist sie immer so ein bisschen kritisch und ein bisschen schwierig. Da war es so, dass ich die immer mehr aufgelöst hat. Und ich dann immer weiter beim Wasserwechsel sie weggesaugt habe. Und ich war von Anfang an eh nicht so sicher, ob sie mir so gut gefällt. Weil irgendwie hat sie optisch nicht so gut in das Aquarium reingepasst. Und jetzt habe ich sie dann komplett weggesaugt. Und jetzt bin ich eigentlich ganz happy, dass sie jetzt nicht mehr in Aquarium ist. Und das gefällt mir so ganz gut. Dann Pflanze Nummer 2 war die Gradiola Viscadula. Die habe ich links und rechts in den Spalten eingesetzt. Und die war auch Emers, also über Wasser gewachsen. Habe ich auch relativ viel zurückgeschnitten schon. Und dann in die Spalten links und rechts gesetzt. Aber auch im Soll. Aber da war es auch leider so, dass sie die ziemlich aufgelöst hat. Auch bis zu den Wurzeln. Und die habe ich dann auch immer wieder abgesaugt. Ganz wenig ist jetzt noch da. Aber es schaut nicht gut aus. Also ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Falls nicht, ist es auch nicht so schlimm. Vielleicht setze ich da noch irgendeine Rodalle auf den Seiten noch von oben dazu. Muss ich mir dann anschauen, wie sich das Aquarium entwickelt. Aber das waren die zwei Pflanzen, was jetzt nicht mehr da sind. Und die nicht so gut funktioniert haben. Kommen wir aber zu den Sachen, die sich gut entwickelt haben. Und das sind die restlichen Pflanzen. Also ich bin echt mega happy, wie sich das Aquarium entwickelt hat. Und das gefällt mir schon sehr gut. Es braucht natürlich noch Zeit. Also die Pflanzen müssen alle noch ein paar Mal zurückgeschnitten werden und wachsen. Also das Aquarium ist trotzdem noch ziemlich frisch. Aber mit der Entwicklung bis jetzt bin ich schon mal sehr zufrieden. Die Rodalas im Hintergrund habe ich auch schon einmal zurückgeschnitten. Relativ früh, weil die sind dann ziemlich stark ausgetrieben. Und waren dann schon an der Oberfläche. Die muss ich denke ich relativ häufig in Zukunft schneiden. Weil die wachsen halt relativ schnell. Sind ziemlich knapp an der Oberfläche. Und sobald sie an der Oberfläche sind, werde ich sie einfach versuchen gleich wieder zurückzuschneiden. Damit sie schön kompakt wachsen und möglichst kräftig gefärbt sind. Ich habe hier so mittig die Rodala Haga auf der Seite. Die wird jetzt schon langsam immer mehr rötlich. Aber braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Dann habe ich noch die Rodala Laos und die Rodala Vyanat. Da muss ich sagen, sehe ich noch nicht so einen großen Unterschied. Aber die wird sich noch nach einer Zeit geben, dass die Rodala Laos noch ein bisschen gelblicher wird. Und seinen gelbrötlichen Stängel bekommt. Da bin ich mal gespannt. Jetzt sieht man noch nicht so einen großen Unterschied. Wenn ihr dann die Updates nicht verpassen wollt, also ich werde auf jeden Fall immer wieder Updates zu einem Aquarium machen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Dann neben den Rodalas habe ich auch noch die Syrogyne Rebbenz und das Pogosthemon Helferi zurückgeschnitten. Das war auch schon ein bisschen groß. Das möchte ich ja sehr kompakt halten. Und werde ich auch immer regelmäßig zurückschneiden. Damit das schön griechend und klein bleibt. Die Alternarenecke Mini habe ich noch nicht geschnitten. Die ist noch nicht so schnell gewachsen. Aber ich denke jetzt beim nächsten Wasserwechsel muss ich mal zurückschneiden. Und die schaut auch schon richtig gut aus. Kann aber auch noch ein bisschen kräftiger auf einer Farbe werden. Die ganzen Pucephalandras und die Anubias Pangolino im Hintergrund wachsen auch ganz gut. Da hat sich zum Glück nichts aufgelöst. Das kann ja auch immer wieder mal passieren mit den Pucephalandras und Anubias. Aber da hat alles ganz gut funktioniert und schaut ganz gut aus. Die wachsen natürlich sehr langsam. Da hat sich noch nicht so viel getan. Zumindest sieht man noch nicht so wirklich was. Auch beim Moos, das hat sich noch nicht so verbreitet. Ich habe da noch ein bisschen Moos nachgesetzt auf ein paar Stellen. Weil ich noch ein bisschen was übrig hatte. Und das war zwischenzeitlich richtig bedeckt von den Fadenalgen. Ich weiß nicht genau warum, aber dort haben sich die Fadenalgen am längsten gehalten. Und bis vor einer Woche hatte ich noch auf den Moospolstern die ganzen Fadenalgen drüber. Ich habe die immer weggesaugt. Aber irgendwie da waren sie immer längst und ich weiß nicht genau warum. Oder vielleicht noch ein bisschen von dem Nährmedium auf den Moos drauf war. Und deshalb sich dort die Fadenalgen besser gebildet haben. Dann so zu den Vordergrundpflanzen bzw. den Pflanzen, die im Sand sind. Das Elecharis für den Hintergrund breitet sich auch schon langsam aus. Ich habe ja den Sandweg verklebt. Deshalb ist es nicht so schlimm. Und dann kann ich einfach die Barhalme, was einfach zu viel sind, wegzupfen. Das funktioniert immer ganz gut, wenn man den Sandweg verklebt. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann schaut hier oben links vorbei. Da habe ich das Aquarium eingerichtet, das Harzgeb gebaut. Dann seht ihr, wie ich das aufgebaut habe. Dann könnt ihr euch mehr darunter vorstellen. Aber wenn man das nicht verklebt und nur so Watte unter dem Sand hat, dann ist es immer richtig nervig die Pflanzen da raus zu zupfen. Wenn man immer die Watte ein bisschen hochzieht. Und das Elecharis soll ja so ein bisschen kleiner bleiben und so ein bisschen eingegrenzt, damit es so aussieht, dass es richtig weit weg wäre. Im Vordergrund, die Pflanze im Sand, ist ja die Kryptowchene Pava. Die hat mir zum Teil noch ein bisschen zu große Blätter. Da werde ich auf jeden Fall ein paar davon noch wegschneiden. Vor allem hier schon in der Mitte sind mir die einfach ein bisschen zu groß. Da werde ich einfach die größten Blätter wegschneiden. Und wenn sie dann nachwächst, dann wird sie auf jeden Fall kleiner sein. Es ist ja im Sand, da hat sie weniger Nährstoffe. Und dann wächst sie einfach nicht zu schnell und nicht zu groß. Vor circa einer Woche habe ich dann auch angefangen zu düngen. Also ich düng hier wieder mit Masterline 1, 2 und Carbo. Also Masterline 1 sind die Mikronährstoffe, also Eisen- und Spurenelemente. Davon gebe ich so ein Milliliter alle zwei Tage zu. Also nicht zu viel. Ich mache das immer so, dass ich da beim Eisendünger immer ein bisschen sparsamer bin. Dann von Masterline 2 die Makro-Elemente, also NPK, Nitrat, Phosphat, Kalium. Da benutze ich jetzt mal erstmal einen Spritzer pro Tag und dann noch das Masterline Carbo. Ist ein bisschen gegen Algen und auch ein bisschen Kohlenstoffquelle für die Pflanzen. Aber die Hauptkohlenstoffquelle für die Pflanzen ist natürlich das CO2. Und von dem Masterline Carbo benutze ich einen Milliliter pro Tag. Würde ich aber auf jeden Fall nicht als CO2-Ersatz sehen. Also wenn ihr schöne Pflanzen haben wollt, dann kommt ihr um eine CO2-Anlage nicht herum. Und ich stelle das CO2 immer mit dem Dauertest ein. Das ist so eine Testflüssigkeit. In dem Fall habe ich jetzt eine 30 Milligramm Flüssigkeit. Und es ist schon immer so, dass es nach ein paar Stunden schon grün wird. Damit auch wirklich genug CO2-Eifel-Pflanzen da ist. Eine Sache, was ich noch geändert habe, sind die Ein- und Auslässe. Ich hatte ja die Edelstahlein- und Auslässe von Liquid Nature. Und ich muss sagen, mir gefallen die zum einen optisch nicht so gut wie Glasein- und Auslässe. Ich habe jetzt wieder AquaRebell Glasein- und Auslässe hier am Aquarium. Und ich finde die zum einen optisch viel schöner. Man muss die zwar relativ häufig putzen. Ich mache das immer so alle zwei Wochen beim Wasserwechsel. Ich mache das immer gleich im Aquarium. Schalte den Filter aus. Dreh die Hähne zu. Nehme die Ein- und Auslässe aus dem Aquarium raus. Löse sie vom Schlauch. Mache mal den Schlauch sauber mit der Bürste. Und dann noch die Ein- und Auslässe am Eimer. Wo ich zuerst Wasser vom Aquarium abgelassen habe. Und so funktioniert das immer richtig schnell und ohne viel Aufwand. Wie schon gesagt, sind schon die ersten Tiere eingezogen. Und zwar einmal Amano-Garnelen. Acht Stück. Die dürfen in keinem Aquarium fehlen. Und dann noch neben den Amano-Garnelen sind noch 20 grüne Neocaridina-Garnelen eingezogen. Und zwar die Neocaridina Davidi, Queen Jade oder Queen Shade. So dunkelgrüne Garnelen finde ich richtig schön. Ich wollte ja Garnelen haben, die nicht so stark rausstechen. Ich habe extra so grüne bzw. dunkle genommen, die einfach nicht so rausstechen wie zum Beispiel rote Garnelen. Weil ich finde, das sind so die Rama-Escapes immer ein bisschen störend, wenn überall so rote Garnelen sind, was richtig rausstechen. Die vermehren sich auch in Aquarium im Vergleich zu den Amano-Garnelen, also werden das auf jeden Fall mehr werden. Die beiden Garnelen habe ich dann circa so nach drei Wochen eingesetzt. Ich warte da immer, dass die Pflanzen sich gut eingewachsen haben, damit die Garnelen nicht die Pflanzen irgendwie ausgraben. Oder bei ganz frischen In-Vitro-Pflanzen oder anderen Pflanzen, was sich leicht zu auflösen anfangen, kann es sein, dass die Amano-Garnelen draufgehen und die fressen. Und nach drei Wochen hat man das Problem eigentlich meistens nicht mehr, dann ist schon alles gut eingewachsen. Und die Garnelen haben da auf jeden Fall auch mit beigetragen, dass die Algen ein bisschen schneller weggehen. Und die Garnelen haben da auf jeden Fall auch mit beigetragen. Also das Aquarium ist aktuell wirklich mein Favorit hier von meinen Aquarien. Also das ist das Aquarium, wo ich am meisten reinschaue und was mir aktuell am besten gefällt. Ich bin richtig happy, bis es geworden ist. Es werden ein paar auch Fische einziehen. Ich weiß noch nicht ganz genau welche, aber schreibt mal in die Kommentare, was für Fische da einziehen sollen. Vor genau einem Jahr habe ich das Aquarium hier eingerichtet und so sieht es heute aus. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Bachi und das ist aktuell mein ältestes Aquarscape, was ich hier stehen habe. Das Liquid Garden 60P. Wie schon gesagt, vor genau einem Jahr habe ich das Ganze eingerichtet bzw. bepflanzt. Ich habe es schon früher eingerichtet, dann in Darkstad laufen lassen und dann vor genau einem Jahr habe ich das Ganze bepflanzt. Kommen wir ganz kurz zum Aufbau. Also wie gesagt, es ist ein Diorama-Style und dadurch ist der Aufbau sehr hoch. Also ich bin eigentlich bis an die Wasseroberfläche mit den Harzgäben, also mit den Steinen und habe das Ganze sehr massiv aufgebaut. Also sehr viel Harzgäben. Als Steine habe ich hier schwarze Lava verwendet. Das sind aktuell meine Lieblingssteine. Die Steine haben einfach nur viele Vorteile, sind nicht so schwer, sind porös, da können sich viele Bakterien auch in den Steinen ansammeln. Und sie sind waserneutral, also sie härten das Wasser nicht auf und verändern die Wasserwerte nicht. Im Hintergrund, also hinter den Steinen, habe ich das Ganze mit Säul angefüllt. Und im Vordergrund habe ich Sand, den La Plata Sand mit einem Weg nach hinten, den ich verklebt habe. Das ist ein Punkt, was ich nicht ganz so perfekt gemacht habe. Und zwar habe ich hier den mittleren Teil oder der erste Teil von dem Weg. Den habe ich nicht so gut verklebt. Und da sieht man jetzt manchmal ein bisschen Watte durch. Da muss man immer ein bisschen mehr Sand nachfüllen. Dann geht das auch wieder, dann sieht man das auch nicht mehr. Aber es ist ein Punkt, was ein bisschen mehr Mente, also mehr Arbeit macht, um das Ganze schön zu lassen. Ich habe jetzt auch gar nichts an dem Aquarium gemacht. Und der letzte Wasserwechsel ist so eineinhalb Wochen her. Also ich habe jetzt nicht extra das Aquarium vorher geputzt. Man sieht so, die Fuse ist ein bisschen schmutzig. Die Pflanzen können jetzt auch wieder mal zurückgeschnitten werden. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch das, wie es halt immer aussieht oder meistens aussieht. Natürlich, manchmal ist es ein bisschen schmutziger, manchmal ein bisschen schöner. Das ist immer so bei einem Aquarium. Es ist nie immer gleich, sondern es entwickelt sich, es verändert sich laufend. Also wenn man das Aquarium jetzt vergleicht mit vor einem halben Jahr oder vor acht Monaten, sieht es wieder ganz anders aus, wenn die Pflanzen wachsen, Pflanzen breiten sich aus, Pflanzen ändern sich. Also hier haben sich nicht ganz so viele Pflanzen geändert. Eigentlich ist alles im Grunde noch gleich. Also das Moos ist viel mehr gewachsen. Da ist so viel mehr da. Da sind so ein paar Pflanzen auf den Seiten. Hier rechts war noch die Altena Rainer Gimini. Da ist noch ganz wenig da. Links auch. Die schaut nicht ganz so schön aus. Und sonst ist da Gynerebens. Sie ist auch noch eigentlich da und schaut auch gut aus. Also eigentlich sind die Pflanzen gleich. Also habe ich da nicht ganz so viel verändert dieses Mal. Was sich aber jetzt verändert hat, ist die Beleuchtung. Ich glaube, ich hatte ganz am Anfang die ADA Solar-AGB als Beleuchtung über das Aquarium. Da muss ich sagen, die war schon fast zu stark für das 60p. Also ich hatte echt Power. Deshalb habe ich sie dann gegen eine Twinstar S-Line ausgetauscht. Die S3, die ich jetzt über den anderen 60p habe. Die hatte ich dann über den Aquarium die meiste Zeit. Und mit der Lampe hat das Aquarium finde ich auch am besten funktioniert. Ich habe jetzt nur letztens die Lampe getauscht mit den von anderen 60p, weil ich halt das ein bisschen schöner haben wollte. Und hier habe ich jetzt erstmal die Twinstar B-Line über dem Aquarium. Die ist nicht besonders stark, aber es funktioniert trotzdem. Also ich habe jetzt die Lampe schon, ich glaube, eineinhalb Monate über dem Aquarium. Und es schaut trotzdem gut aus und funktioniert. Was sich auf jeden Fall sehr verändert hat, seit ich die neue Lampe habe, ist die Rotala Hara. Ich hatte die kurz, bevor ich die Lampe getauscht habe, zurückgeschnitten. Und wie man sehen kann, ist sie jetzt so orange, gelblich und ziemlich blass. Also gar nicht mehr rot. Das extrem knallige Rot kommt bei vielen Pflanzen meistens durch viel Licht und durch eher weniger Nährstoffen, also weniger MPK-Dünger, Nitratphosphat, eher ein bisschen weniger, genug Eisen und kühler ist Temperatur. Jetzt ist ja Sommer, deshalb ist das Aquarium auch ein bisschen wärmer bei mir. Und dann noch die schwächere Lampe. Das ist einfach so ein Faktor, dass die Rotala Hara nicht mehr rot ist. Aber wenn man da die Lampe austauschen würde und dann wieder in den Herbst reingeht, wenn es ein bisschen kühler wird, dann wird die auch wieder knallrot. Aber so finde ich es auch nicht schlecht, also ist auch okay. Und vor allem, es wächst alles ziemlich langsam. Also circa vor ein, zwei Monaten, sechs bis acht Wochen, habe ich die Pflanzen zurückgeschnitten. Und jetzt ist es auch wieder Zeit, die Pflanzen zu schneiden. Also für alle sechs bis acht Wochen ist bei den Aquarien ein guter Zeitpunkt, die Pflanzen zu schneiden. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch so zu den Pflanzen sagen kann. Also das Moos, das Ricardica mit Tifolia, hat sich sehr ausgebreitet und ist fast über alle Steine gewachsen. Ich ernte das immer wieder mal ab, also ich zupfe alle Pads ab, damit das auch nicht so voll wird. Das Aquarium, weil ich finde, das schaut immer nicht so gut aus. Wenn das so richtige Hügel sind aus Moos, also so Pads, so Polster, das finde ich schaut dann immer nicht so gut aus. Deshalb versuche ich die immer abzusammeln. Dann kann ich die zum einen woanders benutzen und in dem Aquarium schaut das gut aus. Aktuell habe ich so teilweise ein paar Pinselagen auf dem Moos. Das liegt eigentlich auch an der Temperatur. Dann kommen wir zum Fischbesatz. Ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeinem Video gezeigt habe, so richtig, was für Fische ich da eingesetzt habe. Und zwar der Schwarm, den man hier schwimmen sieht, ist der Sunantanio Axelrodi. Also ein richtig cooler Fisch. Der Stefan sagt immer die coole Variante von Neonsalmler. Ist ein bisschen kleiner und ein bisschen interessanter von den Farben. Also ich finde so dunkelblau und so leicht rötlicher Bauch, aber nicht extrem rot. Also ein richtig cooler Fisch, gefällt mir sehr gut. Dann hatte ich hier noch Garnelen eingesetzt und zwar die Green Yard Garnelen, also so grüne Garnelen. Die sind zum Teil noch grün, aber eher dunkelgrün bis fast schwarz, bis fast blau. Also sie sind sehr dunkel, finde ich aber trotzdem cool. Und manchmal ist es so, dass manche rot sind und sobald sie dann größer werden, werden sie auch dunkel. Ich meine, ein bisschen witzig zu sehen, dass da für einmal fast rote Garnelen dabei sind, die aber dann wieder irgendwie dunkler werden. Das war es aber noch nicht so ganz mit den Fischen und zwar habe ich da noch ein paar Dario Black Tiger eingesetzt. Die finde ich auch richtig cool. Sind richtig coole kleine Barsche. Die sind ein bisschen schwierig zu filmen und zu sehen, weil die verstecken sich ziemlich viel, sind immer in den Höhlen unterwegs. Ich habe da eine Fünfergruppe eingesetzt. Ich glaube zwei oder drei Männchen und ein Weib und zwei Weibchen. Sind mir ein bisschen schwierig mit den Geschlechtern, wenn die noch kleiner sind. Aber die machen sich da auch richtig gut in den Aquarium. Und jetzt zum Beispiel sieht man die gerade in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme sieht, aber immer wieder mal kann man die entdecken. Vor allem wenn man füttert und den Filter ausschaltet, dann sieht man sie auch mehr. Also sind richtig coole Fische, was mir sehr gut gefallen. Zur Pflege und zur Düngung. Also ich mache hier einmal die Woche einen Wasserwechsel. Manchmal verschiebt sich da auch ein bisschen und es sind dann so eine und halb, zwei Wochen. Aber in der Regel versuche ich einmal die Woche einen Wasserwechsel zu machen. So, ich weiß nicht, 40 Prozent, 30 Prozent, je nachdem. Das funktioniert dann einfach immer am besten, finde ich. Also dann läuft das Aquarium einfach viel stabiler, wenn ich wirklich regelmäßig den Wasserwechsel mache. Wenn ich jetzt mal ein paar Wochen schleifen lasse und das alle zwei Wochen mache, dann schaut das Aquarium auch okay aus, aber halt nicht so schön wie in der wöchentlichen Pflege. Zur Düngung. Ich benutze hier Masterland 1, 2 und Carbo. Relativ wenig, also Masterland 1 so alle, ich glaube einmal die Woche circa den Eisenvolldünger. Und Masterland 2 so einen bis zwei Milliliter pro Tag. Je nachdem, wie die Pflanzen so wachsen und vom Masterland Carbo auch zwei Milliliter pro Tag. Also wenn ich sehe, dass die Pflanzen ein bisschen blasser sind und nicht so schön wachsen, dann düngere ich ein bisschen mehr und so passe ich das immer ein bisschen an. Dann schaut das Aquarium nicht zu 100 Prozent perfekt aus, aber vielleicht zu 90 Prozent. Aber es ist viel weniger Arbeit, als wenn man jetzt viel Wasserwerte misst und viel versucht anzupassen und den perfekten Düngerwert zu erwischen, den es, finde ich, eh nichts wirklich gibt. Deshalb bin ich mit dem Aquarium auch sehr zufrieden, was die Pflege und so angeht. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich das ganze Aquarium eingerichtet habe, dann klickt jetzt hier, hier kommt jetzt eine Playlist, wo ich das Ganze aufgebaut habe und bepflanzt habe. Und dann bis zum nächsten Mal.